Von Beginn an wollten wir, dass das Fernstudium ein soziales Netzwerk schafft. Ein Netzwerk zwischen Menschen, zwischen unseren Studierenden und unseren Lehrenden und dem Wissen und dem Know-how, das hier vermittelt und erarbeitet wird. Ich denke, dass dieser lebendige Austausch und eine Kommunikation untereinander der Erfolgsfaktor für unsere Studierenden und für die ferne Fahr ist.